willkommen zu einer weiteren folge von der mountain so wie man jetzt die lampen hier rein habe ich erde haben jetzt hier drei frei wenn man dann sagen wir mal da wäre nicht hier gehen wir mal davon aus dass hier auch noch draw oder weiß der geier was an die wand kommt das wäre dann auch ja nur einer frei wäre dann da was das hier so sind hier drei abstand haben wir hier einen zur wand jetzt gehen wir hier mal rüber wer genau vor der tür das kommt natürlich gut hier auch wieder rechts und links 1 frei jetzt jedes dritte oder so das jetzt richtig 123 ok jetzt wird er 123 123 das müsste doch außer ausreichen oder das ist hier zwar eine fläche ohne licht extra aber ich theoretisch müsste das so klappen machen wir pop pop wow wie schön hell das jetzt hier direkt wird ok würde ich sagen machen wir so weg 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 nicht weg hin so so ja schönes helles raumchen die fackeln mal weg tun sie können es noch besser sehen ja das doch ein raum in dem man auch durchaus arbeiten kann sag ich mal wohl ambos und so was ja draußen ist ja würde ich sagen ist doch glaube ich hier auch hell genug denke ich mal auch wo ist denn naja ja 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 hier ist überall hell genug passt da war irgendwo neun interessant ach sogar nur ja also mit dem neuen f3 menü komme ich auch nicht wirklich klar ist interessant warum steht jetzt zum beispiel wie das letzte mal reingeguckt habe stand doch rechts meiner grafikkarte steht jetzt nicht mehr weiß der geier warum man interessiert mich ja nicht ich weiß ja was ich für eine grafikkarte habe aber ich finde es seltsam so regale dazwischen dass man da werkzeug rein machen kann oder so oder wirklich so eine koppelwand man die kiste ja sie ist nicht leer muss ja auch noch da weg wir haben noch diverse bricks drin lassen wir erst mal würde ich sagen gucken wir mal ach so ich wollte noch also mindestens drei geht das hier ja und wenn ich mich richtig im kopf habe dann gehen mit steinplatten können geht da auch mit mobs nix weil sie aber nicht mehr also falls hier irgendwie mob rein kommen sollte geht er nicht wieder aus und kann auch keine anderen reinlassen glaube ich ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher bei den sternplatten ich habe das so im kopf dahin ist mir da eventuell noch so eine so eine slap hin machen hat er durch die offene tür bis hier hinten rein geballert ist ja nicht schlecht so hier auch hier wäre auch noch eine nicht falls das wäre aber dann genau auf der treppe vor der treppe wenn man die treppe runter kommt hoch und gar nicht raus will geht die tür trotzdem auf aber ich glaube das kann man auch verkraften jetzt von hier runter käme will aber da ist natürlich hier drin könnte man hier auch noch warum habe ich das eigentlich draußen an der werkbank gemacht ich kann es doch auch so machen passt schon wir haben auch noch so eine lücke die war entweder zu bauen wir haben noch sie und tricks aber ich meine hätten oder sogar oben ja wie verwandert jetzt fünf ich glaube fünf die lücke machen wir dann einfach zu so haben wir hier eine optik hier ist gar kein lava drin deswegen ging ging das einschmelzen von dem nicht falls es gehen sollte es war nur vier steine ich habe noch einen übrig hier war die jetzt hier drin ich hatte im kopf wir hätten noch kisten hier irgendwo rumfliegen naja egal ich meine kisten gehen ja nicht unter das ist ja nicht soll ja nicht das problem sein ach so dann würde ich nämlich auch sagen könnte man sogar eine doppel chest runter stellen sehe ich gerade für die lava einmal nämlich so kommen wir machen noch einen zweiten nehmen wir die mal in betrieb warum hatten wir das noch nicht gefüllt ich habe keine ahnung so geht das jetzt ja geht also kann man die auch wieder einschmelzen ok den auch tatsächlich scheint auch wieder zu gehen in dem fall aber quatsch auch wenn ich keine ahnung habe was wir damit machen aber quatsch die kiste der lehrer was ist denn da noch drin ach so die briggs verdammt das ist egal kommen ja da weg klopfen und den ritz den kann man ist egal das auch egal könnten wir auch noch zu machen indem wir die wieder weg klopfen und da wieder koppelstern einsetzen dann wäre diese wand sogar komplett mit koppelstern durchgebracht aber ich glaube nur so ok wird man hier dazu da noch koppelstern rein das würde dann ich mache jetzt würde dann nein so nicht aussehen es würde dann so aussehen die ganze reihe das ist auch nicht schlecht ich glaube das so gefällt mir doch besser aber wieder so eine sache schreibt ihr mal weiter zu ich gehe da gerne nach das ballern wir jetzt erst mal wenn es hier noch ein passt es dürfte noch ein passen hier sein nein die erde nicht noch was für für hier rein für 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 den kloster und kann man eigentlich auch mal aus jux hier rein ballern da ist noch eine slap die man jetzt austauschen jetzt fällt die platte hier natürlich auf aber egal das ist hier wirklich egal schön kann man überall durch rennen wenn man nicht so langsam ist so wie ich jetzt könnten wir jetzt hier dreht ich noch habe ich die tanks aber ja habe ich die zweite chest könnten wir obwohl wir niemals so viel aber immer haben werden glaube ich jetzt ist aber die lücke doof da ist auch eine lücke egal so ist jetzt besser oder würde ich sagen könnte man sogar fast das beendet aber dann das beendet zu sehr hier noch mal hier sind die hand den können wir auch mal mitnehmen das können wir mal mitnehmen irgendwas noch vertienten rüber kann soll soll muss warum ist denn da ist in der pettern chest was drin ich kann mich echt nicht mehr an diese pettern chest erinnern du halt wohl ne macke komm her kollege das geht ja mal so gar nicht so so und jetzt rennen wir nach hause und pennen da im bett schlafen nicht im schlafsack schön viel gesünder hallo kuh das scharf rennt aber nicht hier wiederum das hat sich weiß der geier wo ihn verpässt das haben auch so oft gehauen das will nicht verständlich ja gut dann würde ich sagen bis morgen oh ja gut dann